Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in diesem Video habe ich wirklich einen ganz besonders schönen PC. Das ist ein Original-AMD-Athlon. Da ist auch hier vorne noch der Aufkleber drauf und der ist jetzt so fast 20 Jahre alt oder wird 20 Jahre und befindet sich immer noch im Originalzustand und funktioniert auch noch. Und das Schöne hier dran ist, dass es auch einer noch der ersten Athlons, die AMD auf den Markt gebracht hat. Das hier ist CPU-Z, das läuft tatsächlich noch da drauf. Das ist natürlich eine ältere Version 1.47 und CPU-Z findet hier ein AMD-Athlon und zeigt dann noch hier das alte Logo Thunderbird Sockel A ist das hier und der kann MMX in Klammer Plus, 3D Now in Klammer Plus und das war es dann auch schon gewesen. Ansonsten taktet der konstant mit 1400 MHz, so wie das damals üblich war. Also dieses Throttling und Turbo Boost und wie das alles heißt, das kannte der Prozessor oder die Athlons generell überhaupt nicht. Und deswegen läuft der Lüfter auch, ich weiß nicht, ob man das im Video hört, immer schön konstant. So richtig leise waren die nicht, ist der nicht, aber das hier ist immer noch einer der leiseren Athlons. Da hat AMD sich noch richtig Mühe gegeben bei den Aufklebern hier vorne. Das ist so ein Spiegelaufkleber, also wenn ich die Maus so bewege, dann wird das Licht von der Maus reflektiert hier in diesem Spiegel hier drin. Wirklich sehr schön und so sieht das aus, Original AMD Athlon. Im Original war da aber wahrscheinlich was anderes installiert. Da steht hier drauf Microsoft Windows ME oder Windows 98 und da war wahrscheinlich dann eben 98 oder ME drauf. Oder vielleicht wurde das Gehäuse auch mal umgebaut, das kann man natürlich so jetzt nicht sagen. Wirklich schön ist bei diesem PC aber auch das optische Laufwerk. Das ist ein Pioneer DVD-ROM-Laufwerk, also kein Brenner. Und das ist die sogenannte Slot-In-Technik. Die gibt es ja heute immer noch bei Apple, aber bei PCs hat die sich nie wirklich durchgesetzt. Und da wird die CD einfach reingeschoben. Sehr praktisch, also da gibt es keine Schublade. Und dann wird die erkannt. Kann man auch per Software auswerfen oder mit dem Knopf. Hat auch noch einen Lautstärkeregler hier vorne. Und hier links noch einen Anschluss für Kopfhörer, so ein 3,5 mm Klinkenstecker oder Aktiv-Lautsprecher. Und dann konnte man Audio-CDs direkt abspielen und dann konnte man hier die Lautstärke mit höher machen oder niedriger machen. Und Auswurf ist super schön. Da gibt es halt einen Motor natürlich drin, kommt die CD wieder raus. Und diese Laufwerke, die waren damals richtig edel. Also wenn man sowas hatte, da hatte man schon ein paar Mark mehr ausgegeben. Ein Diskettenlaufwerk ist hier vorne auch noch drin. Und dann tue ich mal eine Diskette rein. Mal gucken, ob es noch funktioniert. Also die Mechanik funktioniert auf jeden Fall. Klicke ich mal auf Laufwerk A und ja, funktioniert noch tadellos. Wirklich super, klasse. Hat auch richtig schön schnell gelesen. Hat auch keine merkwürdigen Geräusche gemacht. Manchmal, wenn man ein älteres Laufwerk hat, tut man eine Diskette rein. Und dann gibt es da jede Menge Geräusche draus. Dann merkt man schon, okay, da kann die Diskette nicht richtig gelesen werden. Da stimmt was mit der Mechanik nicht. Aber das ist hier gar nicht der Fall. Das funktioniert und das ist auch richtig flott. Und Diskettenlaufwerke waren ja eigentlich nicht mehr so verbreitet um 2000, 2001, 2002. Aber viele Rechner hatten da noch eins gehabt, weil teilweise hat man sich irgendeine Karte gekauft. Netzwerkkarte oder sowas. Und da lag immer noch eine Diskette dabei. Eine Treiberdiskette. Die sind natürlich auch nicht über Nacht verschwunden. Und damit man da kein Diskettenlaufwerk extern kaufen musste mit USB-Anschluss, was ja damals sehr schwer zu kriegen war und B natürlich auch nicht immer funktioniert hat. Und da hat man sie als halber noch mal eins eingebaut. Auch sehr schön hier bei dem Gehäuse hier vorne. Die Gehäusefront, die ist direkt hier so geformt. So ein bisschen Colani-mäßig haben die das hier gemacht. Also selbst wenn man keins eingebaut hätte, hätte man diese Front hier gehabt. Also blieb da quasi dem Zusammenbauer des PCs nichts anderes übrig, als da wirklich eins hinten dran zu machen. Ich kopiere da mal ein paar Sachen von der Diskette auf die Platte drauf. Kann ich gleich mal starten. Und läuft aber wirklich super. Ich gucke mir aber vorher mal die inneren Werte an von dem Rechner, wie es hier innen drin aussieht. Und ja auch sehr schön hier neben dieses Profil, was hier reingepresst ist in das Seitenblech. Auch so wirklich ein Klassiker. Total typisch so für ungefähr das Jahr 2000 bis 2005. Da hat man gern so was Verschnörkeltes gehabt. Was auch auffällt, relativ wenig Lüftungslöcher, auch keine Befestigungsmöglichkeit für hier einen Lüfter oder sowas. Und das Ganze aber natürlich hier richtig schön dünn schon. Und so sieht das hier innen drin aus. Und ich stelle fest, Kabel gibt es hier genug. Da sagen bestimmt viele, ach du lieber Himmel, wie sieht es denn da drin aus? Aber man muss hier verschiedene Faktoren natürlich bedenken. Erstens im Jahr 2000, 2001, 2003, 2004 hat keiner in seinen Rechner reingeguckt. Und da gab es natürlich auch praktisch auch noch viel mehr Kabel. Hier sind zum Beispiel zwei Platten angeschlossen. Die brauchen natürlich einmal die Stromkabel und dann eben die Flachbandkabel. Und das trägt halt wirklich ganz stark auf und lässt sich gerade die Flachbandkabel schwer irgendwie minimieren. Was natürlich heutzutage wesentlich einfacher ist, wenn man ein Mainboard hat. Hat so ein AM4-Mainboard, also was heutiges von AMD und hat dann eine M2-SSD drauf, die hier unten drin ist. Dann fallen schon mal jede Menge Kabel weg. Und diese M2-SSD, die ist ja meistens auch um ein Vielfaches größer als beide Platten zusammen. Das Kettenlaufwerk fällt natürlich auch weg. Ein optisches Laufwerk hat man auch nicht mehr. Deswegen sind natürlich heutige Rechner wesentlich aufgeräumter. Hier gibt es noch das analoge Audio-Kabel. Dieses Graue, das geht hier oben vom CD-ROM, vom DVD-ROM hier unten auf das Mainboard drauf. Hier hinten da sieht man dieses Kabel. Das geht hier auf das Mainboard drauf. Und das Kabel, das überträgt die analogen Audiodaten an die Soundkarte, was es ja heute auch nicht mehr gibt. Also so ein Kabel würde auch wegfallen. Hier drüben ist noch ein Kabel. Das gibt es auch nicht mehr heute. Das ist so ein Zusatz-Strom-Stecker P2 für einige Mainboards. Ich glaube für einige Intel-Mainboards. Wer es genau weiß, kann es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Findet man relativ selten an Netzteilen. Und wenn, dann sind es meistens ein bisschen bessere und leistungsstärkere Netzteile. Und das kann man sich natürlich hier auch wegdenken. Und das Kabel hier, das Anschlusskabel, das ist auch nochmal extra lang. Meistens sind diese ATX-Strom-Anschlusskabel ja deutlich kürzer mittlerweile als dieses hier. Das ist auch nochmal extra lang. Da kann man auch hier so ein Netzteil noch in Big Tower einbauen und kann dann den ganzen Weg überbrücken. Der Lüfter, der hier drin ist, der ist mit Sicherheit nicht original 2001, 2002. Der wurde irgendwann mal nachgerüstet, nachgebaut. Ich schätze mal, dieser Lüfter, der kommt so ungefähr aus dem Jahr 2008, 2009 oder 2010. Da waren dann hier andere Propeller drauf und da gab es eben auch noch Sockel-A-Lüfter. Also ich glaube, heute kriegt man keinen neuen Sockel-A-Lüfter mehr, beziehungsweise mindestens mal keinen neu entwickelten. Einige werden sich mit Sicherheit überhaupt schon wundern. Hoppsa, ein Rechner ungefähr aus dem Jahr 2001, 2002 funktioniert noch. Ja, in der Tat, da gab es ja eben diese Probleme mit den Kondensatoren und 2001, 2002. Das ist natürlich genau in diese Zeit, in die Hauptzeit reingefallen, wo viele ausgefallen sind. Und ein Grund, warum das Mainboard überhaupt noch funktioniert, ist, dass es eben wirklich von einem Markenhersteller ist. Das ist von Gigabyte, sieht man hier, es ist drauf gedruckt. Das ist das GA7DX. Und ich denke, Gigabyte hat sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben und hatte auch mal ein paar Kondensatoren genommen, die ein bisschen teurer waren. Und ja, deswegen funktioniert dieses Board auch heute noch. Die BIOS-Batterie, nicht mehr original, hoffe ich doch, denke ich doch, ist von Energizer. Das ist normalerweise kein Erstausrüster im Einzelfall vielleicht gewesen, aber die dürfte keine 20 Jahre alt sein. Und der Chipsatz, der ist von VIA, sieht man hier links. Die Tastatur, die hat der Clemens auch noch dabei gehabt. Super, Dankeschön. Und das ist eine Mitsumi-Tastatur. Das ist interessant, diese Tastaturen, die gab es damals wahrscheinlich zu Hunderttausenden. Heute findet man die kaum noch, obwohl die eigentlich nicht kaputt zu kriegen sind. Aber viele haben die scheinbar weggeschmissen. Die haben gedacht, boah, das ist einfach nur so eine billige Tastatur. Und die ist in der Tat auch wirklich so richtig hohl, wenn man hier draufklopft. Das hört sich alles hohl an. Ist auch aus Plastik, aber dafür ist sie wirklich sehr stabil. Und wenn man eine heutige, teilweise auch von Logitech-Tastaturen nimmt, die kann man leicht verdrehen. Das geht bei der hier nicht. Viele dieser Tastaturen, die hatten immer so eine Rille hier oben. Das war sozusagen die Ablage für einen Stift. Konnte man hier so Stifte reinlegen, dann sind die nicht gegen die Tasten angestoßen. Und da haben eben mehrere nebeneinander gepasst, warum auch immer man das so gemacht hat. Aber solche Rillen und Ablagen, die gab es ziemlich oft. Der ATLON 1400 ist eigentlich gar kein ATLON 1400, sondern der wurde verkauft als 1600+. Das war so der Anfang von AMD, wo dann irgendwann die Bezeichnungen für die Prozessoren abgewichen sind von der Taktfrequenz. Wobei das hier natürlich ein bisschen verwunderlich ist, weil das ist ja eine feste Taktfrequenz 1400. Wie man sieht, da wird auch die ganze Zeit nicht schneller oder langsamer. Die waren relativ clever und haben den dann als 1600 plus verkauft. Das ist die Seite von Wikipedia zum AMD ATLON XP Prozessor, auch hier drüben am Logo zu erkennen. Und da sind hier verschiedene drauf hergestellt worden, die von 2001 bis 2004, so wie das hier rechts steht. Und der ATLON XP, der jetzt hier drin ist, das dürfte dieser hier sein, 1600 plus. Der läuft mit 1,4 Gigahertz, wurde so ab 9. Oktober 2001 hergestellt oder ausgeliefert. Naja, steht hier nicht so genau. Aber der hat hier 2x64 Kilobyte Cache und hat hier nochmal Level 2 Cache 256 Kilobyte. Und der hat hier eine Betriebsspannung von 1,75 Volt. Das ist ja auch das, was CPU-Z hier eben angezeigt hat. Und steht ja hier dann auch Fertigungstechnik 0,18 Mikrometer und das hat CPU-Z ja auch angezeigt. Und die Nachfolge-Modelle, die waren ein bisschen anders. Die hatten dann ein bisschen weniger Spannung, hatten eine andere Fertigungstechnik gehabt. Die, die danach kamen, ein Jahr später schon, hier hat es dann auch 0,13 Mikrometer oder nur noch 1,65 Volt maximal. Und der Athlon XP, der jetzt hier drin ist in dem Rechner, das ist sozusagen einer der ältesten, der zweitälteste oder der zweitlangsamste, wie man das sehen möchte. Das ist eben dieser hier. Und die anderen Athlons, die haben auch so ein Namensschema gekriegt. Also einer mit 1,7 Gigahertz. Den haben die dann als 2100 plus verkauft. Und das haben die bei der ganzen Linie so durchgezogen. Ich gucke mal, hier unten die leistungsstärksten, die wurden dann hier mit 3200 plus verkauft und waren aber nur 2,2 Gigahertz schnell. Da habe ich dann hier auch wieder die 0,18 Mikrometer und die 1,742 Volt. Super. Ich gucke mal, nach dem Rahmen hier sind tatsächlich nur 512 Megabyte Rahmen drin. Und ja, das war eigentlich gar nicht mal so wenig gewesen damals. Das hat auch schon richtig viel gekostet. Und mal schauen bei Mainboard, da wird angezeigt Gigabyte, 7DX. Und ja, wirklich ganz toll, dass das wirklich jetzt hier 20 Jahre durchgehalten hat. Und hier steht dann 20.04.2001. Da ist das BIOS her. Und klar, da gibt es natürlich nur AGP, kein PCI Express oder sowas. Und AGP ist auch maximal vierfach bei diesem Board. Und danach kam ja dann 8-fach. Und ich schaue mal hier, da sind zwei Slots bestückt mit RAM-Modulen. 256 Megabyte einmal. Und hier natürlich auch nochmal PCI 3200 mit 200 Megahertz. Und hier ist auch noch der Hersteller angegeben. Das eine ist Siemens und das andere auch. Ich gucke mal, wann das Windows hier installiert wurde. Und da habe ich hier meinen Windows-Ordner. Und da steht hier rechts dann 2001, am 11.06.2001. Also das Windows selber ist auch schon über 18 Jahre auf dieser Platte hier drauf. Und das ist natürlich schon eine Leistung, weil die meisten haben es natürlich irgendwann mal neu installiert. Wie das bei Windows eben so ist und so war. Es wird halt irgendwann immer langsamer und dann macht man es mal neu, dass es hier nicht passiert. Also so wie es scheint, befindet sich der Rechner im originalen Zustand. Ich gucke nochmal, was hier für Festplatten drin sind in der Datenträgerverwaltung, hier in der Computerverwaltung bei Windows XP. Und da habe ich einmal hier eine 38,16 Gigabyte Partition. Also wahrscheinlich eine 40 Gigabyte Festplatte, die hier drin ist. Und mal gucken, was hier angezeigt wird. Hier ist eine Max-Tor drin, eine 34098H4 und dann auch nochmal eine Max-Tor STM 3802. Und dann hier ist das Pioneer DVD-ROM und das ist das Kettenlaufwerk. Alles vorhanden, alles funktioniert. Und hier unten ist dann eben nochmal die andere Platte. Also eine 40er Platte und eine 80er Platte. Ja, und schon war man damals glücklich. Interessant auch, wie die Platten eingebaut wurden bei diesem Gehäuse. Die obere ganz normal, also mit dem Metalldeckel nach oben. So macht man das ja auch meistens. Und da passt die hier so rein. Und die untere, die ist hier unten dran geschraubt. Das ist auch wirklich gut, dass das so ist. Und hier gibt es diese Laschen. Und andersrum könnte man die auch an diese Laschen gar nicht dran schrauben. Dann würde das Bohrschema hier nicht passen, dieses Lochschema. Und da ist dann die Platine nach oben. Das hat man eigentlich nicht so gerne. Der Platte selber ist es eigentlich egal. Aber wenn natürlich hier Staub drauf fällt oder irgendwas anderes fällt drauf, dann landet es direkt auf der Platine. Das möchte man natürlich nicht. Trotzdem ist es aber wirklich sehr gut, dass die Platte hier unten angebracht wurde. Weil viele sind früher hingegangen und haben zwei Platten direkt übereinander reingeschraubt. Das wäre hier auch möglich. Man kann ja diese Platte hier ausbauen, kann die hier einbauen und kann die dann hier festschrauben. Einmal dann, einmal da. Dann sind die aber direkt übereinander, bilden so einen riesigen Block. Und was dann erfahrungsgemäß sehr gerne und sehr oft passiert ist, ist, dass nach ein paar Jahren die obere kaputt war. Warum? Ist natürlich immer eine gute Frage. Vielleicht ist es Zufall. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran. Weil die Abwärme der unteren Platte und diese Platten, die werden also schon merklich warm, wenn man hier die Hand drauf hält, dass diese Abwärme der unteren Platte die obere mit aufgeheizt hat. Und dann ist die natürlich nach ein paar Jahren kaputt gegangen. Und es war, wie gesagt, meistens die obere gewesen, wenn man die so zusammen eingebaut hat, direkt übereinander. Und das hier mit so ein bisschen Luft zwischendrin, das ist wirklich gut gemacht. So sollte das auch sein. Ich gucke mir mal die Systemsteuerung an und hier die Systemeigenschaften. Und da sieht man dann hier FUYIZO Siemens Computer. Das passt natürlich jetzt hier gar nicht zu. Also hier ist kein FUYIZO Siemens drin. Nie gewesen. Und diesen garantiert nicht von FUYIZO Siemens gekommen. So innovatives Design hatte FUYIZO Siemens nie gehabt. Das sah ja immer gruselig aus. Und ich schätze mal, da war mal Windows 98 drauf oder Windows ME. Und der Vorbesitzer oder ein Vorbesitzer, da kann doch jemand anderes gewesen sein, der hat dann wahrscheinlich hier Windows XP von der FUYIZO Siemens CD installiert. Und da ist das Logo dann eben hier mit drauf gewandert. Mit USB hat der Rechner natürlich nicht allzu viel am Hut. Er hat tatsächlich zwei USB-Schutzstellen. Die sind hinten dran, zeige ich gleich mal. Und das Ganze wird hier realisiert über einen VIA-USB-Controller. Und das verheißt nichts Gutes oder verhieß nichts Gutes. Ich probiere einfach mal so eine Maus anzuschließen. Die hat auch so ein bisschen LED-Bling-Bling. Mal gucken, also leuchten tut die bestimmt. Aber ob die dann funktioniert, immerhin. Da hat Windows XP schon mal eine Maus erkannt. Dann schon mal ein Ausrufezeichen. Ja, und da geht es weg. Das ist natürlich immer toll gewesen bei Windows XP. Manchmal sind die Ausrufezeichen geblieben. Und dann gab es irgendeinen USB-Fehler, wie immer mal. Aber sieh mal eine an. Funktioniert sogar. Ich gehe mal davon aus, das ist USB 2.0 hier. Und ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Weil wenn man hier vorne schon sieht, da ist kein USB in heutiger Rechner. Der hat ja teilweise bis zu 10 mal USB. Hier vorne und hinten dran. Und wird ja eh nur noch alles mit USB angeschlossen. Aber das war damals schon was Besonderes. So sieht das hier von hinten aus. Ich ziehe die Maus mal wieder raus. Nur zwei USB-Schnittstellen. Wirklich ein bisschen dünn. Und ja, eine andere USB-Schnittstelle, wenn man eine haben möchte, mochte. Dann musste man die hier unten dann einbauen. Und da konnte man hier jetzt nichts irgendwie nachrüsten oder sowas. Auch natürlich ganz klassisch. Einmal hier der Gameport. Sogar richtig schön gemacht. Hier ist es beschriftet. Hier sieht man so Symbole drauf. Hier Drucker. Dann zweimal die serielle Schnittstelle. Und dann hier die Soundkarte vorhanden. Und dann PS2, Maus und Tastatur. Unten dann die Grafikkarte. Gucke ich gleich mal, welche das ist. Ich glaube gar nicht, dass es eine Originale ist. Die wurde bestimmt mal nachgerüstet. Und unten dann natürlich die Netzwerkkarte, die damals noch nicht mal an Bord war. Wirklich schön gemacht. Und war auch kein Standard, dass da so Symbole drauf waren. Wobei viele das wahrscheinlich gar nicht gesehen haben, wenn sie unterm Schreibtisch gekniet haben im Dunkeln. Aber hier ist drauf der Drucker. Warum ist hier der Drucker drauf? Und warum haben damals tatsächlich noch viele ihren Drucker lieber parallel als USB angeschlossen? Ganz klar, das hat ja natürlich nur zwei USB-Schnittstellen, dieses Gerät hier. Und die USB-Schnittstellen, die hat man sich eben gern für bessere Sachen aufgehoben. Für Sachen, die es nur als USB gab. Zum Beispiel eine Webcam. In dem Zusammenhang noch ein Hinweis. Unter viele Videos wird drunter geschrieben, oh je, mein Monitor, der hat einen Rotstich, der hat einen Grünstich, der zeigt nur Blau an. Was kann das sein? Ja, das kann auch ganz einfach der Stecker sein. Gerade eben, wenn es hier so ein DVI-Stecker ist. Das merkt man auch bei dem Rechner, eben als ich den ein bisschen verschoben habe. Da gab es auf dem Monitor auch Fehlfarben und das muss gar nicht schlimm sein hier am Stecker. Den braucht man nur ein bisschen zu bewegen. Und dann sieht man hier drüben, dann ist der Ritzerot, zeigt tatsächlich noch ein Bild an. Aber hier haben einige Pins eben keinen Kontakt mehr. Und wenn man nicht so genau hinschaut, dann sieht das so aus, als würde der Stecker drinstecken. Eben habe ich den Rechner verschoben und da hat er auch so ein Bild gebracht. Und da sah der noch ganz normal eingesteckt aus. Und hier kann ich ein bisschen den Stecker bewegen. Da sind Bruchteile von einem Millimeter und dann verändert sich hier vorne dann die Farbe. Gucke ich mal, welche Grafikkarte da eingebaut ist. Und ja, ich dachte mir schon, das ist eine Radeon oder Radon 9600er Serie. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob die auch im Original drin war oder nicht. Aber war zumindest damals so in dieser Zeit 2004 auch sehr bekannt. Ganz sehr beliebt, habe ich ja auch schon mal zufällig eine gefunden in einem anderen Rechner. In diesem Rechner hier, da war ja auch eine Radon 9600 drin. Den hatte ich auf dem Schrott gefunden. Und das war ja ein Pentium 4 gewesen. Und der ist ein bisschen später, denke ich mal, produziert worden. Und da war der genau gleiche charakteristische Kühlkörper drin von der Grafikkarte und auch so eine Radon 9600. Der Clemens hat freundlicherweise auch hier GPO-Z drauf gemacht auf den Rechner. Und das ist hier dann die Radon 9600. Mal schauen hier, Release Date 2003 steht hier. Also die ist zwei Jahre nach der CPU auf den Markt gekommen und die wurde mit Sicherheit da mal nachgerüstet. Hat sagenhafte 128 MB RAM. DDR RAM früher viel, heute natürlich nichts. Und mal gucken, ob hier... Na, da sind nun nicht mal Sensoren, die so richtig abgefragt werden können, gerade was Temperatur betrifft. Aber hier ist auch ein winzig kleiner Kühlkörper nur drauf und Überhitzung war damals auch nicht so das Problem gewesen. Auf dem Rechner ist auch noch eine Version drauf von 3D Mark 03. Die ist tatsächlich wohl aus dem Jahr 2003. Stand zumindest eben im Splash Screen drin. Und ich drücke mal hier auf Start. Mal gucken, was da so rauskommt. So, das kann man da auch nicht drauf spiegeln auf der Grafikkarte. Eben hatte ich nur 4 Frames pro Sekunde gehabt. Und das ist natürlich auch für damals relativ wenig. Ganz klar, man kann natürlich solche Ergebnisse nicht mit heute vergleichen. Nächster Test, der da geladen wird, Trolls leer. Und mal gucken, was hier rauskommt. Da kommen auch immer nur so 6, 7, 8 oder 9 Frames per Sekunde raus. Ab und zu ein bisschen schneller und dann fällt es wieder auf 5. Also 9600 ist für Gaming eher nicht geeignet gewesen. Auch wirklich nett und zeitgenössisch ist hier so ein Speedfan-Programm drauf, wo man eben die Lüfter überwacht hat, überwachen konnte und auch Temperaturen ausgelesen werden konnte. Aber so viele Sensoren, wie es die heute gibt, die gab es damals noch nicht. Und da gibt es hier einen Sensor für Festplatte Nummer 1, 41 Grad. Das scheint jetzt hier diese Max-Dol mit 80 Gigabyte zu sein. Die andere Platte, die kann scheinbar keine Temperatur liefern. Und hier Temp1, das wird die CPU-Temperatur sein. Kann man jetzt leider nicht draufklicken. Mal gucken, ob es hier oben was gibt. Und das sind 67 Grad. Und davon kann man ausgehen, dass das die CPU ist. Bei diesem Rechner kann man auch hier noch mit dem Speedfan-Programm die Smart-Werte der Festplatten auslesen. Das ist jetzt hier die 80 Gigabyte Platte. Und die Smart-Werte hier, die wichtigen Punkte, die sind alle okay. Und mal gucken, hier nach der 40 Gigabyte. Und ja, das ist auch okay. Das ist also alles im Rahmen super, auch dafür, dass die natürlich hier schon relativ alt sind, die Platten. Die Grafikkarte, die gucke ich mir aber auf jeden Fall nochmal an. Und da ist sie dann. Und so sieht sie aus. Das ist die Gradion Radon 9600. Und schön passiv gekühlt. Also für 3D-Sachen nicht so geeignet. AGP-Vierfach ist natürlich auch nicht so schnell. Aber immerhin schon mal einen digitalen Ausgang. Gucke ich mir nochmal das Netzteil an, ob das eventuell das Originale ist oder ein damals ausgetauschtes oder eventuell so vielleicht ein ganz neues. Aber nee, da sieht man schon, hier hat es so einen 80 Millimeter Lüfter hinten dran. Und hier auf der Seite ist kein weiterer. Aber es wird auch ordentlich warm. Also wenn ich hier oben drauf greife, fast schon unangenehm. Und das ist aber ein älteres Netzteil, aber bestimmt auch nicht das Original. Mal gucken, was hier drauf steht. Also richtig schwer ist es schon mal. Das auf jeden Fall ist jetzt kein Billig-Netzteil, aber mit Sicherheit auch schon mal 15 Jahre alt oder so. Und da hat sich der Hersteller richtig Mühe gegeben. Da ist jede Menge drin. Viele Kühlkörper, viele Trafos sind hier drin. Und das hier ist von Fortron. Und ist ein 300-Watt-Netzteil. Steht zumindest hier mal so drauf. Am Herstelldatum steht da keins drauf. Aber hat auch nur einen kleinen Lüfter. Aber macht einen ganz guten Eindruck. Wird aber eben sehr warm. Ist wirklich ein sehr schöner Rechner. Sehr zeitgenössisch. Und das sieht man auch an den ganzen Sachen, die eingebaut sind und wie sie auch eingebaut sind. Und was auch alles hier an der Ausstattung da ist. Wirklich cool. Auch hier vorne, das ist Kettenlaufwerk, was hier in die Gehäusefront so eingearbeitet ist. Das hatte man nicht so lange gehabt. In den 90ern nicht. Und irgendwann ab 2005 natürlich auch nicht mehr. Da sind die weggefallen. Und das ist noch ein richtig leiser AMD Athlon XP. Und die gab es auch wesentlich lauter eben mit dem entsprechenden Lüfter. Und da zeige ich mal ein. Im nächsten Video habe ich von einem Zuschauer eingeschickt bekommen, der auch innen gedämmt ist. Und das zeige ich mal in einem anderen Video in den nächsten Tagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt ein bisschen Einblick gekriegt in die Rechner von ungefähr 2001, 2002, 2003. So waren sie gewesen. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die in die Kommentare rein. Oder Hinweise oder sonstige Ideen könnt ihr da reinschreiben. Und guckt mal unten in die YouTube-Videobeschreibung. Da findet ihr weitere Tipps und Tricks. Und Links auch. Und auch Links zur Seite tooltime.de. Die seht ihr hier drüben. Und da gibt es noch jede Menge andere Sachen für euch. Auf der Seite tooltime.de. Da findet ihr hunderte andere Beiträge und Videos und Infos zum Thema PCs, zum Thema Notebooks, zum Thema Drucker. Wie man die repariert. Wie man sich selber PCs baut. Wie man Windows 10 schneller macht. Da sind einige Sachen dabei. Wie man sich selber einen USB-Stick baut. Wie man hier in Discord zum Beispiel Schriften verändert. Wie man hier eine gefälschte Festplatte erkennt, die im Internet verkauft wird. Und besucht die mal. Da sind jede Menge Sachen für euch dabei. Und besucht auch mal den Discord-Server von tooltime.de. Könnt ihr so draufklicken und könnt ihr Mitglied werden. Und da gibt es noch fast 2000 andere Mitglieder. Mit denen könnt ihr chatten. Mit denen könnt ihr reden. Da könnt ihr Bilder teilen. Und da könnt ihr mit denen reden oder auch mit mir reden. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem YouTube-Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut, repariert. Wie man Windows 10 installiert, Festplatten klont auf SSDs oder Windows 10 Probleme behebt. Da seht ihr, wie man andere Drucker auseinanderbaut, Druckköpfe reinigt und entstandsetzt von Canon, Brother und so weiter. Schaut euch einfach mal um auf dem YouTube-Kanal. Da sind auch noch jede Menge Videos für euch. Da sind auch noch jede Menge Videos für euch.